Endfertigung für Flachbett-Haushaltsnähmaschinen. Dieser Bereich des Nähmaschinenwerkes Wittenberge hat sich in den vergangenen Wochen gründlich verändert, in zweifacher Hinsicht. Erstens wurde die Montage durchgängig rationalisiert, mit Robotertechnik, neuartigen Transportwegen, moderner Qualitätskontrolle. Dadurch entstanden an 40 Plätzen bessere, weil leichtere Arbeitsbedingungen und pro Tag können jetzt 20 Nähmaschinen mehr produziert werden. Unmittelbar neben der Montage die zweite Veränderung. Die modernisierte Endfertigung schaffte Platz für großzügige, attraktive Pausen und Entspannungsräume, die sich sehen lassen können. Ebenfalls eingerichtet im Zuge der komplexen Umgestaltung des Bereiches. Das Ergebnis gemeinsamen Wirkens des hauseigenen Rationalisierungsmittelbaus, der technischen Vorbereitung und eines Formgestalters. Insgesamt Veränderungen, die gerade während der kürzlich durchgeführten Gewerkschaftsgruppenwahlen einhellige Zustimmung fanden.